Kamera 2 So Sufs Suvis Es geht um diese Riesenkarren Die heutzutage auf der Straße rumfahren Status Symbol Furchtbar Das hatte mal angefangen 20 Jahre her Mit diesen Vans Da hat ja jeder Hat ein Van gebraucht auf einmal Für eine Familie ist das sinnvoll Sicher Aber die meisten Sind allein gefahren Wie heute Mit diesen Suvs Abartig Die Geländewagen kann ich noch verstehen Teilweise wenn es jemand braucht Wenn er auf der Wiese fährt Oder mit Pferdeanhänger Sicher Aber diese Geländewagen für die Stadt Wie Geländewagen für die Stadt Aber abartig Aber diese Sufs Sufs Wie kann man Solche großen Autos bauen Das sind ja LKWs Und in der Stadt Das ist gar nicht mehr zeitgemäß Ich fahre Es ist einfach nur abartig Reines Status Symbol Hauptsache Sie fahren mit einer Riesenkarre Die womöglich noch einiges verbraucht An Benzin An Benzin Ist klar Und Das sind ja unter anderem Sind ja Wagen Ich will ja keine Marken nennen Das ist jetzt kein Keiner mit einem Stern Und Keiner Mit vier Ringen Die aneinander sind Der ist so hässlich Abgrundtief hässlich Klar Jeder hat einen anderen Geschmack Aber sowas Unglaublich Wie kann man so Scheißdreck fahren Also wirklich Naja Wie gesagt Status Symbol Ich habe der Größte Ja das Beste Und Was auch immer Also Sowas von Daneben Von Autodesign Da gab es ja früher auch mal noch Die normalen PKWs Die hinten so hoch gebaut waren Wenn da ein Auto vor dir war Da hast du nur Blechwand gesehen Immer hohe Blechwand Boah Furchtbar Ganz furchtbar Gut Wie gesagt Es hat jemand Jeder hat seinen eigenen Geschmack Aber Das geht schon Weit dran vorbei An der Normalität Sagen wir mal In der Liter Sprit noch Ein Euro kosten würde Dann vielleicht noch Aber auch nicht Naja Okay Soll jeder machen was er will Aber ich finde es Einfach nur Abartig Oh Malzeit Okay